So, wir haben vorher auf einem... Wir sind wieder bei 12. Wir sind wieder bei 12, bei der rückten Zahl. Wir sind aber jetzt auf einem anderen Umfeld. Also, Elliot hat mal geswitcht vom kleinen PC auf den großen. Und der große PC hat eine bessere Grafikkarte, besseres Mainboard. Aber das heißt, dass aber die magische 12, wenn wir sie jetzt hier überschreiten, möglicherweise mit den Prozessoren zusammenhängt. Das heißt, man braucht schon, wenn man dieses Gerät benutzt, auf seinem PC dann schon bessere Prozessoren. Neuere Prozessoren, nicht? Da, doch, wir haben die 12, wir haben die 12, wir haben die 12 geknackt. Geht kein Blick daran vorbei. Wir haben die 13, jawohl. Was auf dem kleineren PC nicht so leicht möglich war. Also, da freue ich mich jetzt. 12 hatte ich ja letztes Mal, wie gesagt. Aber 13 hattest du noch nicht, ne? Gucken wir, wie es läuft. Was ist die Information, die wir hier mitnehmen? Was würdest du sagen? Ist wirklich ein Spiel, das Teil hier. Da muss man das mit der Hand kalibrieren. Aber wahrscheinlich hätten wir den, wenn wir uns da vorgestellt hätten, hätten wir vielleicht auch machen können. Das wäre ein ganz leicht mit ein paar Parametern verändern, weil er vor uns steht. Weil man, der hat einen Fuß. Also dieses Brett da unten hat einen Fuß, einen Stehfuß. So, jetzt wird grün, wird grün. Sonst drehe ich da auch gleich durch. Nein, aber mit so etwas ist man wirklich gefordert. Also das ist... ein bisschen digitaler, gordischer Knoten. Okay, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir über die 13 hinweg sind. 13 ist die komische, magische Zahl. Augenblick, ich halte noch drauf. Ich halte noch drauf. Ich würde gerne noch die 13 erleben. Meine Zuschauer auch. Jetzt. Jetzt kommt sie gleich. Zu außen ist es grün. Ja, ja. Innen drin passiert nichts. Ich weiß nicht, was das heißt. Ja. Da, grad war doch. Du musst dann, wenn er sagt stillhalten, musst du stillhalten, ne? Ja, ja, aber ich muss... Soll ich mal übernehmen? Ich bewegse das ein bisschen rum, um zu sehen, ob er irgendwann... Ein Knüpfungspunkt hat, ne? Dass er auch nicht irgendwie so grabbt, ne? Dass er das irgendwie so digital irgendwie grabben kann, das Bild. In so kurzer Zeit. Das ist schon... Da musst du schon gute Nerven haben, ne? Okay, also, bis gleich.